Musik Let's go! Musik Wir kämpfen hier gegen die Konzentration von immer mehr Chemie- und Saatgutkonzernen. Wir sind gegen eine Fusion von Bayer und Monsanto. Es wird die Rechte von Bauern gefährden, es wird die Rechte von Verbrauchern gefährden. Und es ist ein schlechtes Signal für eine andere Landwirtschaft. Wir brauchen mehr ökologische Landwirtschaft, wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft. Und das, was Bayer und Monsanto am Ende macht, wird genau das Gegenteil sein.